ja ich hab ihn hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von farcry 5 freut mich dass du eingeschaltet hast mit am start ist der liebe gametolik in diesem gameplay versuchen wir zwei tanklaster von den peggies zu kapern und diese zum missionsziel unversehrt zu bringen ich hoffe es wird uns gelingen und wünsche dir viel spaß mit dieser folge also müssen jetzt nach irgendwelchen tank laster bin ich richtig ja die sind überall wir müssen die einfach suchen ach so ok ah ist klar was ist hier guck mal auf der karte vielleicht entdecke ich ja was sooo ah ne hier ist ne andere mission ich seh hier gar nix oh hübschrauber äh 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 ein flugzeug kannst du den abschießen versuch's ihr werdet alle das wort des vaters in eurem herz annehmen hast du ihn? ne ne ich hab den nur ein bisschen angeschossen äh bei mir ist nichts äh auf der karte ne ne wie gesagt wie gesagt wir müssen die tanklaster finden die kommen einfach so ach diese einen die immer rumfahren hier ja 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 die fahren halt irgendwo durch die gegend so wir werden schon verfolgt gleich wo sollen die LKWs denn sein? ja das die kommen immer da wenn man die nicht braucht aber wenn man die braucht sind sie nicht da hm ja vielleicht steht sogar irgendwo einer kann ja auch sein der zivil ist gerettet yeah oh explosion einfach so ja wir warten das nicht spontane äh explosion ja oh guck mal was ist das hier für ne sperre was ist der taco ah ja ja hier kommt es nicht mehr durch okay dann ich guck mal eben auf die karte wo wir vielleicht noch hin können lo 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 ist wieder was irgendeine tankstelle Johns Gate Ey, da ist so ein Totenkopf drauf Sag mal Oh, ja Ich glaube, das ist was anderes Ich habe den Vater gekillt Hürde ich Ein Bär Wow, ich bin fast gestorben Ja, ich glaube, das kann man als Nebenmission machen Irgendwann, oder? Ich glaube, das Oh Was ist das denn? Ja, können wir machen, warte mal dann Sonst wechsle ich die Mission Wenn wir dann später so ein Fahrzeug finden Können wir das hier abliefern Wieder Zivilisten befreit Ah, guck mal, hier ist ein Hubschrauber Wir können hier Ich guck mal eben, ob wir einen Hubschrauber einfach so Nehmen können Waren wir hier schon? Ja, ich glaube schon Äh, Hubschrauber Achso, hier Hier Helikopter Ah, tatsächlich Ich kann da einen benutzen, ne? Wow, der hat Raketen, glaube ich Oder wolltest du mal fliegen? Hä? Hier kann ich hochfliegen? Leertaste Hey, da ist so ein Ding Ja Aktivier meine Mission Habe ich schon Okay Also kann ich abschließen? Ne, 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 ne Du musst ihn nicht abschießen Wir müssen den, äh, kapern, ne? So Kannst du ihn irgendwie erwischen? Fahrer Warte Ja, ich hab ihn Ja, du hast ihn Wie geil Geil, geil, Mart Okay, kannst du landen? C Ah, C Okay Und hier Aber eigentlich, äh Fahren, oder was? Ja, genau Aber der brennt irgendwie Ich geb dir Deckung Der brennt Das ist das Problem Okay Ja, ich kann ja vorausfahren Und dann Hey, ich kann nicht einsteigen Moment Ich kann vorausfahren Und dann dir den Weg freimachen Oder so Liefere das Fahrzeug ab So, wo müssen wir denn hin? Wir müssen nach Moment Ich markiere das mal eben Äh, ist ein bisschen weiter weg Ich glaub Da müssen wir hin Wo? Und da Fallsend Fallsend Siehst du nicht die blaue Linie? Achso, jetzt, ja Ich war grad bei der Karte Ne, ich seh keine blaue Linie Ja, okay Ich fahr einfach mal los Okay, warte ich Ja, fahr mal vor Äh, ich fahr Ich flieg vor Falls ich irgendeine Straßensperre Oder so seh, dann Nur sag Bescheid Also ich hab nur Maschinengewehr Ich glaub ich werd verfolgt oder so Kann das sein Was? Okay Oder nee, nee War vielleicht Okay Vielleicht war jemand am Straßenrand Der mich gesehen hat Okay, vor mir ist einer Vor mir ist einer Warte, 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 warte Ich komme Ich bin grad Steck geblieben Mhm Ah, das ist nur ein Typ, ne? Jo Okay Ah, da ist eine Straßensperre Warte Wie geil Mach sauber Hä? Achso Da kommt ein Transporter Ja, der ist tot Der ist tot Okay Da läuft noch einer Warte Ah, ich glaub das ist nur unsere, oder? Scheiße Äh, irgendwo ist hier in der Nähe einer Hä? Warte Oder? Ja, irgendwo war einer Oder war es ein Flugzeug? Ah, guck mal Ich kann den reparieren jetzt Kannst du? Was? Ich hab Ich hab Ich hab irgendeinen Transportwagen repariert Warte mal Korrekt Ich weiß nicht, wie ich das geschafft hab, aber Aber ist geil Dieses Fliegen hier Aber ist irgendwie, äh Ein Fehler Okay Ah, da ist einer Da war ein Transporter Okay, ich fahr einfach mal weiter, ne? Okay Ich glaub der Wagen ist wieder okay Au Wurde angeschlossen Ich wurde entdeckt Oh Bin aufgeflohen Dringlose Typen Da schießt jemand, aber ich Ich fahr einfach mal weiter Siehst du mich? Au Ich bin tot Äh, äh Muss ich dich wiederbeleben? Äh, ich bin komplett tot Ich spawne gleich bei dir In 17 Sekunden Scheiße, hat mich immer abgeschossen Wird schon angeschossen Ja, ich bin Ich war die ganze Zeit in der Luft stehen geblieben Das war vielleicht ein Fehler Hm Naja So Wenigstens haben wir den ersten schon mal Ah, ich glaub ich muss hier Okay, jetzt bin ich in dem Wagen drin Ja Säckenfahrzeug abgeliefert Also zwei Stück noch Ja, wenn wir nächstes Mal wieder einen sehen dann So Äh, hier sind Autos So, was hab ich denn hier? Nicht was umsonst Von Quad Kann man hier irgendwas einsammeln? Bis einmal Quad fahren Ah Schnaps Was denn? Schnaps Schnaps ist immer gut Nein, Quatsch Moment Komm sofort Mach mal Mach mal Mach mal ruhig Hier ist ein Safe Yeah Mach den mal auf Okay Okay 500 Dollar Ja Wahrscheinlich müsstest du dann für dich auch irgendwie die Mission irgendwie spielen Damit du auch mal die Waffen Ja Soll ich mal tun Hast du eine Mission ausgewählt? Moment Äh Falsche Richtung Achso Ähm Ja, entweder wir machen jetzt noch ein Äh, so ein LKW Und dann haben wir die Mission geschafft Ja Doch, eigentlich muss das, weil das Problem ist Äh, die anderen sind Achso, Aushalt Das sind schon, das sind schon die anderen Länder Sag ich jetzt mal Achso Okay Und da ist irgendwo Krieg Oder Wir suchen wieder so einen Hubschrauber Und dann, ähm Fliegen wir also durch die Gegend Kann man auch machen Hier ist ein Transporter Heckkaw Flammenwerfertyp Wow Hallo Ich bin irgendwie gerade stehen geblieben Wow Was war das? Er wollte uns überfahren Oh Scheiße Guck mal auf der Karte Nach dem, äh Flugzeugsymbol Oder Ja Ah, hier ist wieder Hier können wir einen Hubschrauber holen Au Wieso Wird ich die ganze Zeit erwischt? Okay Ich hab die Typen erledigt hier Ich bin fast tot, ey Ich bin fast tot Ich hab mich die ganze Zeit auf mich geschossen Die Schweine Okay Ich mach mal deinen Hubschrauber Okay Ich guck mal, falls Hä? Ist da einer? Hallo? Nix für Joseph Okay Soll ich diesmal fliegen? Ja Mach das mal Steigen sie ein Jihah Ich glaub ich nehm beste meine M60 dafür Jetzt machen wir hier Vietnam Jetzt Ja und jetzt ist das Rambo Rambo 2? Gut denn morgen Vietnam Rambo 2 ist das jetzt Ja genau Ich glaub der zweite war in Vietnam oder so Jeha Oh Also das Fliegen ist angenehm Hm So warte mal Ich guck mal Wo könnte noch so ein So ein Tanker sein Irgendwas schießt auf uns Von links Ja ich glaub das ist ein Auto Das ist ein Auto Ich werd den jetzt einfach mal Nicht beachten Alles in der Kirche Irgendwo muss auch so ein Fahrzeug fahren Oh normal schon Ja immer wenn man die sucht dann Findet man die nicht Hauptsache es kommt kein Flugzeug was uns gleich abballert Oh da ist ein Flammenwerfer Was? Jetzt ist er weg Kannst du ihn? Hm? Ups Wo? So eine kleine Straßensperre Lkw wo bist du? Komm zu Papa Das Problem ist nur dass Ich kann ihn nicht viel sehen Was sagst du? Ich kann ihn nicht viel sehen Soll ich tiefer fliegen? Nein 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 Passt schon Geht schon Also da kommt ein Auto Ich sehe Kühl Oh Oh das war Ich hab mich verklickt Sturzflug Ah guck mal hier ist ein Transporter Oder äh was heißt Transporter Hier ist ein Anhänger Ah ok Ah wir brauchen ja diese Tanke Oh oh Irgendwas Flugzeug Ah ne doch nicht Ne ne Ach du Scheiße Oder? Ich hab grad Oh flieg mal weg Ein Sniper Dann sind wir gleich tot Ok da ist ein Zivilist Kaputter Zivilist Weil ich würde gerne hier landen Hier ist so ein Transporter Vielleicht gibt's da was schönes Ok Ja mach das Oh warte 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 Bevor wir hier reingehen Erstmal sauber machen Oh ja Ich glaub jetzt sind wir sicher Hier ist noch ein Sniper Irgendwo Er schießt irgendwie jemand Kann sein dass hier die ganze Zeit Unendlich Typen kommen Kann sein ja Ah da ruft einer Verstärkung Hm Okay ich land mal eben Guti Schon lange war er hier oben Schnell eben dahin zu dem Anhänger und dann Okay Kurz aufmachen Falsche Seite Ah guck mal hier ist ein Fahrzeug Oh Vorsicht Ich fahr raus Guck mal ich hab so ein neues Fahrzeug gefunden Wow geil Ist das so ein Buggy oder was? Ja 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 ich kann nicht einsteigen Achso Ne ich kann nicht einsteigen Oh Oder wolltest du mich mit Hubschrauber Scheiße Ja ok ich fahr Ich flieg mit Hubschrauber Ok ich hau ab Bin fast tot Ja Der hat mich mit so einem Mit so einem Mähdrescher Kaputt gemacht Ach du Scheiße Ok warte ich lande eben Der wartet auf mich Der steht da die ganze Zeit Und guckt auf mich Oh ein feindlicher Hubschrauber Warte den mach ich eben kaputt Oh oh Ah Ich bin tot Ich auch Ich bin verbrannt Ok Puh Das war wohl nichts Aber wir haben ein Auto gefunden Super toll Ah vielleicht Vielleicht hättest du irgendwie hinten einsteigen können Ne Hab ich auch versucht Achso Gehen Naja ok Hier ist irgendeine So eine Mission Scheiße Ne Ne Ein Silo Ein Silo hab ich gefunden Boah Da fährt eine ganze Armee vorbei Ich geh erstmal hier looten Ja hier ist eine Kasse Geld auf dem Tresen Uh I like that Lass sie ruhig ballern Ne Ne Bibel Das erinnert echt so ein bisschen an Tarkov ne Also wenn du irgendwie so verschlossene Türen siehst Mit so einem Schloss ne Kannst du den Schloss kaputt schießen Hab ich gerade versucht Funktioniert sogar Ist gut zu wissen Castileia Was ist das denn Gehen mal aufs Dach Was machen die da hinten Die bringen sich gegenseitig um Die haben echt nichts zu tun ne Und sogar in diesen großen Mülltonnen findest du was Ich hab mal so einen Sack gefunden Mal Cool Ein Säckchen Ein Säckchen Ich glaub da war Schnaps Oder so Äh ja Äh wir haben jetzt natürlich kein Fahrzeug mehr Oh Ich hab unschuldige getötet Was machst du denn auch Ja man sollte nicht Mit einer Panzerbrechenden Knarre In einen Transporter schießen Naja Wen ist ein Gewettet Aber hier Ich hab dir den Lkw Fahrer gekillt Cool Ey guck mal was da ist Super 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 Geil Warte mal Kann ich den reparieren irgendwie Ne Nur einsteigen Warte mal Warte Ich geh mal eben schnell zu dem Transporter Okay Mal gucken Wenn wir jetzt Wenn wir überleben dann Haben wir eine Mission geschafft Aber guck mal man kann hier nicht rein Was ist das Hä Was ist das denn Man kann nur das Ding ausfahren Oder ist das ein Fehler Äh Ich vermute mal eher ein Bug Aber Ja Ist ein Fehler Weil Anders kann ich mir das nicht erklären Naja Egal Scheiß drauf Wir haben auf jeden Fall unser Zielobjekt Ach ja echt Müssen wir da gehen Wer verkillt Okay Alles klar Äh Wo sind wir Ah wir sind in der Nähe Wir dürfen jetzt nur noch nicht Äh Von irgendwelchen Kriminellen angegriffen werden Vorsicht Äh LKW Huh Ja wir sind ja gleich da Schön in die Garagen Einfahrt Schatz Schatz Ich bin da Wer sonst Fertig Juhu Juhu Geschafft Ey guck mal Nur noch ein bisschen Mission abgeschlossen Ich hoffe es hat dir so weit gefallen Ihr gerne auf Twitch folgen Der Link zu meinem Twitch Kanal ist unten in der Videobeschreibung verlinkt Ich wünsche allen einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video Ciao